Da baut Opel ein Midsize SUV, nennt es wie eine Kaffeespezialität und trifft damit voll den Geschmack der Kunden. Gleich zweimal hintereinander wird der Mocker in seiner Kategorie zum Auto des Jahres gewählt. Erster Eindruck nach ein paar Kilometern Testfahrt, es macht viel Spaß mit dem Mocker unterwegs zu sein. Zunächst einmal ist er dank der hohen Sitzposition und seinen nicht ganz so gewaltigen Ausmaßen sehr übersichtlich. Außerdem ist das Fahrwerk gut abgestimmt und sorgt neben einer guten stabilen Straßenlage für ein recht komfortables sanftes Fahrgefühl, ohne dass der Mocker dabei schwammig wird. Schlechten Straßenbelag gleicht er mit stoischer Ruhe aus, selbst Kopfsteinpflaster verarbeitet er locker. Diesen Belag hört man allerdings im Innenraum deutlich. Auf der Autobahn läuft er stabil geradeaus und bleibt dabei im Innenraum relativ lange angenehm leise. Erst ab 150 Stunden Kilometern aufwärts wird es langsam lauter. Bei gleichmäßiger Fahrweise auf trockener Fahrbahn treibt der adaptive Allradantrieb nur die Vorderräder an. Erst im Bedarfsfall, wenn der Untergrund plötzlich rutschig wird, verteilt sich die Kraft zwischen Vorder- und Hinterachse. Die Verteilung funktioniert für eine optimale Traktion automatisch und stufenlos bis zum Verhältnis 50 zu 50. Mit einer Länge von knapp 4,30 Meter und einer Höhe von 1,66 Meter ist der Opel Mocker noch angenehm kompakt, bietet aber trotzdem genug Platz für die meisten Alltagsfahrten. Vorne ist er sowieso geräumig genug. Auf der hinteren Sitzbank sollten die meisten Menschen ebenfalls bequem Platz haben. Das Gepäck hat, wenn alle Plätze besetzt sind, 356 Liter Platz im Kofferraum. Bei umgeklappten Rücksitzen passen fast 1400 Liter rein. Unser Testmocker hat einige sinnvolle Assistenzsysteme, die, wie meistens, als extra bestellbar sind. Neben einem adaptiven automatischen Fernlicht gibt es eine Kollisionswarnung, die einen Auffahrunfall verhindern kann, einen Spurverlassenswarner und eine Verkehrszeichenerkennung. In der Basisversion gibt es den Mocker für unter 20.000 Euro. Und da sind schon die Dachreling, Berganfahr- und Abfahrassistent, ein Reifendruckkontrollsystem, der Tempomat, beheizbare Außenspiegel, Komfortsitze vorn und die Klimaanlage mit an Bord. Selbst wer sich noch die wichtigsten Sicherheitssysteme und ein Navi samt Freisprechanlage dazu gönnt, kann sich immer noch für weniger als 25.000 Euro seinen Mocker zusammenbrauen.